Das Thema Cloud ist wichtig nach wie vor, aber das Thema Sicherheit und ich glaube, das automatische Fahren, der Umgang mit Behörden, der Umgang mit Gesundheitsdaten, all das wird nur funktionieren, wenn es sicher ist und deswegen ist IT-Sicherheit sicher eines der zentralen Themen der CeBIT und in diesem Jahr. Die große Frage ist, wie kann ich mich selber individuell dafür schützen? Von daher wird es eine der Aufgaben sein, auf der einen Seite die Bürger, die Gesellschaft besser zu informieren, eine andere Fragestellung wird sein, denken Sie an die Digitalisierung, dass wir hier natürlich deutlich mehr anfangen, auch Nein zu geben, in der Wirtschaft zu sprechen und hier auch Fragen der Digitalisierung in Deutschland das Thema Cybersicherheit besser zu verankern. Und last but not least natürlich auch Staat und Verwaltung hier noch im Bereich der Cybersicherheit in eine führendere Position zu bringen. Mein persönliches Ziel ist natürlich, dass Deutschland die führende Nation in Fragen der Cybersicherheit innerhalb Europas oder vielleicht sogar in der Welt wird, sowohl innerhalb des Staates als natürlich auch in der Wirtschaft und der Gesellschaft.